Ach ja, Spam. Heute habe ich ungefähr 15 Spam-E-Mails schon weggemacht und es ist gerade mal Mittag. Ja, also Spam ist ein großes Problem und in über 90% der Fälle, das wisst ihr mittlerweile, denke ich, kommen Hacker so in die Unternehmensnetze rein. Das heißt über einen infizierten Mitarbeiter, egal ob privat oder geschäftlich. Was wir also machen müssen, wenn wir um die Sicherheit unseres Unternehmens oder unserer Website oder whatever besorgt sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich ein oder jeder, der Zugriff hat, sicher verhält. Und das ist gar nicht mal so einfach. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratoren-Herz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Ein kleines Beispiel. Man kann einfach privat eine E-Mail bekommen, nicht merken, dass man wo draufgeklickt hat und schon hat man ein Mail auf seinem System. Und da wird es dann natürlich lustig. Denn das System ist mittlerweile heute ein Bring-Your-Own-Device für das Geschäftssystem oder für das Geschäftsnetz. Man verbindet sich im VPN kurz rein, um ein paar E-Mails zu beantworten und ein paar Tickets zu beantworten oder sowas. Also, was man machen muss, ist eigentlich, man muss die ganze Zeit seinen Mitarbeitern und seinen Kunden quasi auch noch gleichzeitig eine sichere Lösung für alles geben. Und was wir jetzt erstmal machen wollen, ist, wir wollen uns die drei Komponenten angucken. Wir haben nämlich hier einmal die Phishing-Mails, die wir möglichst blockieren wollen. Wir haben einmal das private Netz, das man absichern möchte. Und wir haben gleichzeitig auch noch das Unternehmensnetz, das man absichern möchte. Und ja, fangen wir mit dem Unternehmensnetz an. Das ist nämlich das Einfachste hier tatsächlich, was ziemlich lustig ist. Denn das haben wir schon gemacht. Wir haben letztes Mal uns in der OpenSense hier einige Blacklists runtergeladen beziehungsweise einige Filter für die Intrusion Detection. Und jedes Mal, wenn diese Filter aktiv werden, sprich, wenn irgendwas gefunden wird, dann werde ich benachrichtigt. Und das Tolle ist, ich habe hier gleichzeitig von allen, im Endeffekt, von allen Listen, die irgendwo was Bösartiges haben, werde ich benachrichtigt. Und das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wenn irgendwas über das Unternehmensnetz kommt, dann wird das normalerweise rausgefiltert. Das heißt, wenn sich ein Mitarbeiter zum Beispiel über das Unternehmensnetz verbindet und von dort aus Versehen auf Malware klickt, dann passiert meistens trotzdem nichts. Das ist das Gute daran. Das Schlechte daran ist, dass es halt nur dann passiert, wenn der Mitarbeiter mit dem Unternehmensnetz verbunden ist. Das heißt, wenn er zu Hause einfach ist und ganz normal arbeitet, passiert da relativ wenig. Und deswegen habe ich euch nochmal eine andere Liste von abuse.ch mitgebracht. Wobei, fairerweise muss man sagen, der Feodo Tracker, die SSL Blacklist, die Jara IFY, Threadfox, URL House, das sind alles Datenbanken. Und natürlich der Malware Bazaar, den wir aus dem letzten Video kennen, sind alles Datenbanken, die uns vor bösartigen Sachen bewahren möchten. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mal Feodo angucken, dann haben wir hier im Endeffekt eine Liste mit Botnet C&C Servers. Das heißt, wir haben quasi eine Liste mit Denial-of-Service-Servern, die wir auch blockieren können. Wenn wir uns hier mal Threadfox angucken, haben wir eine Liste mit URLs, wo Malware drauf gehostet wird. Also im Endeffekt gehen die alle in eine sehr ähnliche Richtung. Es wird nur eben unterteilt in Hosted Malware. Wird für Phishing oder Spam benutzt. Ist Malware und hat bösartige SSL-Zertifikate, das wäre die SSL-Blacklist und einige Jara-Files, die hier bösartig sind oder wahrscheinlich sind. Aber was wir uns dieses Mal angucken wollen, ist URL House. Und URL House ist eine Sammlung von Malware-Hosting, Sammlung von Phishing-Links, Sammlung von einfach allem. Und die kann man sich einfach so runterladen. Und zwar entweder als Plaintext-URL, die neu generiert wird alle 5 Minuten, als alle der letzten 30 Tage, als nur die Online-Dinger und einfach auch als Klamm-AV-Signatur, was für Virenschutzprogramme sehr, sehr nützlich ist. Und im Endeffekt, Klamm-AV ist ja quasi ein Virenschutz, der quasi die ganze Zeit im Hintergrund läuft und auch jede Minute das ganze Ding hier aktualisiert. Man kann hier wunderbar auch Sachen melden. Das heißt, wenn ihr, also um das Ganze nochmal schön aufzuteilen, wenn ihr eine eigene Stelle in eurem Unternehmen habt oder in eurem System habt, wo ihr wirklich Malware potenziell auffangt und die dann melden könnt, dann meldet die gerne via API dann einfach auch direkt an abuse.ch. Dann können sie die anderen auch noch gleich mitbenutzen. Das wäre zumindest nett. Auch für mich irgendwie. Ihr versteht, was ich meine. Genau. Und ja, im Endeffekt ist es das eigentlich auch schon, was ihr machen könnt. Ihr könnt das Ganze integrieren. Jetzt ist die Frage, wo integriere ich das denn? Und hier hat sich natürlich eine Sache vor allem rausgestellt, vor allem für Privatpersonen, der Piehole. Der Piehole wird normalerweise eher als Adblocker gesehen. Ich sehe den eher als Security-Tool, muss ich sagen. Denn Werbung hat auch einen gewissen Grund im Netz. Ihr kennt die Diskussion. Ist egal. Machen wir jetzt hier nicht. Aber das große Ding ist natürlich, ich kann mit dem Piehole auch einfach die Sachen blocken, die, ja, die bösartig sind. Und der Piehole kann das natürlich dann auch einfach nehmen, blocken und schon kann man nicht mehr auf die Mailball zugreifen. Und das wäre dann quasi im privaten Netz. Eine weitere Möglichkeit wäre, das in eure Fritzbox oder euren Router zu integrieren, indem ihr einfach euch diese Textdatei mit den neuesten URLs runterladet. Das brauche ich, glaube ich, hier nicht. Das Problem ist, dass die von der Fritzbox relativ beschränkt ist. Die kann nicht alles. Die kann nicht unendlich viel und man muss es auch händisch machen. Also ich kann hier tatsächlich auch nicht einfach alles kopieren. Ich zeige euch das einfach mal. Ich kann nicht alles kopieren und dann einfügen. Ähm, sonst passiert das hier. Es wird einfach nicht übernommen, weil es zu viel ist. Ja, das ist ein bisschen traurig. Wenn ich ein paar wegmache, ist immer noch zu viel. Ein paar wegmache, immer noch zu viel. So, äh, wenn ich ein paar wegmache, dann funktioniert das Ganze. Ähm, dann kann ich das hier auch wirklich als Filter benutzen. Das wäre dann so quasi. Aber es dauert leider sehr, sehr lange. Und, also, es ist halt einfach nicht die vollständige Liste. Ich kann hier nicht so viel einfügen, wie die Liste hier enthält. Und ich kann es auch nicht so gut oder quasi gar nicht über diesen, äh, Regelsatz da quasi die ganze Zeit einspeisen. Also, ist definitiv nicht die beste Lösung, aber es hilft zumindest ein bisschen, um sein privates Netz sicherer zu halten. Was ich allerdings besser finde, ist, äh, die Mail-Server anzupassen. Ähm, tatsächlich ist ja der Mail-Server das große Ding. Und, naja, wir haben bisher immer den gehosteten Mail-Server von Hetzner benutzt. Ähm, und hier haben wir tatsächlich auch einige Sachen. Und die wollte ich euch zumindest mal nicht vorenthalten, weil die einfach für die Security auch echt relevant sind. Ähm, es gibt einen Spam-Filter bei, bei Hetzner quasi direkt, äh, von Haus aus. Leider, leider lässt er sich nicht komplett selbstständig, ähm, definieren. Ja, ich kann hier nicht sagen, ey, ich würde gerne diese Blocklist nehmen und ich hätte gerne, dass ihr diese Blocklist hier regelmäßig runterladet und das macht. Ähm, das geht leider nicht. Ich kann nur hier einstellen, wie aggressiv er sein soll und wie durchlässig er sein soll. Standardmäßig ist, glaube ich, auf 5. Ich habe ihn jetzt mal auf 4 gestellt. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Und das ist eben tatsächlich egal, für welche, ähm, für welche Inbox das ist. Also für meine Kontakt-E-Mail-Adresse ist das genauso wie für jede andere, die ich erstelle. Ähm, wenn ich hier was in die Blacklist einfüge, also zum Beispiel at, äh, wie war das? Atlas.cz, die schreiben wir quasi jeden Tag. Ähm, dann wird das quasi bei allen Boxen blockiert. Und das ist eigentlich ganz cool. So hat man quasi Filter, die geteilt werden. Auch hier leider sind das nicht die Filter, die man in der Mailbox selber drin hat, sondern nur Absender. Und die Absender wiederum müssen nicht unbedingt dem hier entsprechen, also quasi dem, ähm, dem, was URL-House mir gibt. Ähm, das kann durchaus was anderes sein, ja. Da sind teilweise Absender dabei, wo ich mir denke, okay, ist eigentlich relativ legitim, aber die schicken halt auch wahnsinnig viel Spam. Ähm, dementsprechend kann ich hier nur quasi Absender, die ich mal als Problem erkannt habe, hinzufügen. Ähm, das hat nicht funktioniert. Achso, ja, ich muss natürlich einen Stern vorne dran machen. Add Atlas.cz, so. Ähm, das wäre ganz cool. So, also alles, was jetzt von Atlas.cz kommt, das wird quasi hier blockiert. Leider ist das, wie gesagt, ey, leider ist das hier, wie gesagt, äh, auch nicht unbedingt, ähm, so customizable, wie ich das gerne hätte. Die letzte Option, und die ist leider sehr, sehr aufwendig und sehr anstrengend, das ist die Filterregel, und die kennt ihr wahrscheinlich aus euren privaten, äh, Umfeldern. Ähm, und hier muss man halt selber aktiv werden. Und, ja, das ist so aufwendig, dass es sich eigentlich schon fast gar nicht mehr lohnt. Da ist man fast schneller dabei, wenn man, äh, einfach die E-Mails immer löscht. Das heißt, ähm, man kann hier einstellen, ja, ich will gerne, dass eine, ähm, von diesen Regeln hier, äh, dabei ist. Und wenn der Text enthält, zum Beispiel, 1000 NFT Generator, wenn es das enthält, oder, wenn es das enthält, und so weiter und so fort, ihr versteht, was ich meine, ähm, dann soll die E-Mail blockiert werden. Auch das geht leider nicht komplett automatisch. Das heißt, hier haben wir immer noch nicht wirklich eine Lösung dafür. Also, ähm, heute eher ein, ja, das könnt ihr machen, aber es ist leider nicht die optimale Lösung. Es sind alles kleine Frickelstücke. Wir haben eigentlich vier Frickelstücke jetzt kennengelernt. Ähm, und wenn ihr selbst die Anwendung entwickelt, dann könnt ihr das natürlich wunderbar einbauen, ja. Das würde ich euch auch wärmstens empfehlen, und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn das mehr Leute machen würden. Aber, wir haben einmal gesehen, wir können die URLs in, also, in unserem Firmennetzwerk, oder in dem Netzwerk generell, das wir administrieren, können wir die blockieren, über unsere OpenSense. Wenn wir uns dann mit WireGuard reinverbinden, äh, und alles hier rüber laufen lassen, kein Problem, das funktioniert wunderbar. Wir können aber auch in privaten Netzen das Ganze filtern, zum Beispiel über die Fritzbox, wobei hier nicht alle eingetragen werden können, und ich das alles immer von Hand aktualisieren muss. Wir können es aber auch in einem Piehole machen, da kommen wir dann vielleicht noch später mal dazu. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt gerne Bescheid. Alternativ können wir hier, oder was heißt alternativ, aber wir können hier im Spam-Filter, den Spam-Filter einfach stärker stellen, und hier Absender eintragen, die uns nerven. Und wir können hier selbstverständlich diese Filter von E-Mails einbauen. Also, es ist so ein bisschen rundum-Paket, um möglichst wenig Spam durchzulassen, weil, wie gesagt, 90% aller Angriffe kommen durch Spam, und, naja, irgendwie möchte man sich ja dann doch ein bisschen davor schützen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.